Möchtest du wissen, was sich im Jahr 2022 steuerlich geändert hat? Wenn ja, dann bleibe unbedingt dran, denn in diesem Video bekommst du die Antwort darauf. Hi, mein Name ist Melchior von der Konto Steuerberatung und wie in jedem Jahr ändert sich natürlich auch im Jahr 2022 einiges in den Steuergesetzen. Ich muss aber dazu sagen, dass in diesem Jahr die Änderungen eher übersichtlich und gar nicht so groß sind. Das liegt in erster Linie daran, dass wir seit Dezember eine neue Bundesregierung haben. Die alte Bundesregierung hat natürlich nichts mehr für dieses Jahr gemacht und die neue Bundesregierung hat einfach noch keine Zeit gehabt bzw. die Gesetzgebung dauert einfach ein bisschen länger, das heißt, die Gesetze kommen jetzt erst in diesem Jahr. Deswegen können wir im nächsten Jahr, also im 2023, mit deutlich mehr Änderungen rechnen. Aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, die sind ganz interessant zu wissen, gerade für dich als Freiberufler oder Selbstständiger. Der erste Punkt, den du wissen solltest, ist die Anhebung des Grundfreibetrags. Der Grundfreibetrag ist ja immer der Betrag, den jeder von uns Steuerfreiheit hat. Das heißt, den Betrag, den wir in der Einkommensteuer nicht versteuern müssen. Der lag bisher bei 9.744 € pro Jahr. Für Verheiratete galt immer das Doppelte. Das heißt, wir konnten knapp 10.000 € steuerfrei verdienen. In diesem Jahr wird es angehoben und der neue Betrag für den Grundfreibetrag ist 9.984 €. Das heißt, ungefähr 150 € höher als letztes Jahr. Das bedeutet für uns alle 150 € mehr steuerfrei. Der zweite Punkt ist die Verschiebung der Grenze, ab dem der Spitzensteuersatz gilt. In Deutschland gilt ja ein Spitzensteuersatz von 45 %. Der gilt auch in diesem Jahr. Aber der Zeitpunkt, das heißt die Einkommenshöhe, ab dem die 45 % gelten, verschiebt sich so ein bisschen. Wenn du nicht genau weißt, was der Spitzensteuersatz und Durchschnittsteuersatz ist und wie sich auch der Grundfreibetrag und Spitzensteuersatz auf beides auswirkt, dann schau dir unbedingt mal das Video an, was ich dir hier oben rechts verlinke, denn da bin ich ganz im Detail auf dieses Thema eingegangen. Hier an dieser Stelle ist es wichtig, dass der Spitzensteuersatz ab diesem Jahr erst ab einem Einkommen von 277.826 € gilt. Du musst wirklich knapp 280.000 € verdienen, bis du wirklich im Spitzensteuersatz bei 45 % bist. Für Verheiratete gilt auch da wieder der doppelte Betrag. Der dritte Punkt, der dieses Jahr neu ist, ist ehrlicherweise nicht wirklich eine Regelung, die dieses Jahr neu ist. Und wir haben dazu auch schon mal ein separates Video aufgenommen. Der bezieht sich auf Zinsen in deinem Steuerbescheid. Denn die Zinsen von 6 %, die das Finanzamt bisher auf Steuernachzahlungen erhoben hat, sind verfassungswidrig. Das hat zumindest das Verfassungsgericht letztes Jahr im Sommer entschieden. Das vertiefende Video dazu verlinke ich dir auch oben rechts einmal. Für dich an dieser Stelle ist nur unbedingt wichtig. Das gilt natürlich auch für dieses Jahr und die Steuerbescheide, die du in diesem Jahr bekommst. Das heißt, wenn das Finanzamt irgendwann mal 6 % ausweist, bitte unbedingt Einspruch einlegen. Warum ist das Jahr 2022 trotzdem interessant dafür? Der Gesetzgeber muss nämlich bis Ende des Jahres entscheiden, welchen Steuersatz er in Zukunft nehmen möchte und der wird deutlich unter 6 % liegen. Der vierte Punkt bezieht sich auf die Altersvorsorge. Wenn du als Selbstständiger in die Rörup-Rente einzahlst, dann kannst du in diesem Jahr 94 % von den Beitragszahlungen in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe gelten machen. Das ist mehr als in der Vergangenheit. Wie du genau Versicherungen und speziell Altersversicherungen in deiner Einkommensteuererklärung gelten machen und welche Grenzen da gelten, dazu habe ich auch schon einmal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch einmal hier oben rechts. Jetzt hier ist entscheidend, dass die Ansetzbarkeit höher ist als in der Vergangenheit. Du kannst jetzt maximal 25.639 € steuerlich gelten machen, denn 94 % davon sind genau die 24.101 €, die du maximal steuerlich gelten machen kannst. Die fünfte Änderung, die für dich als Selbstständiger interessant sein kann, sind die sogenannten Sachzuwendungen. Vielleicht weißt du das, weil du selbst Mitarbeiter hast oder weil du selbst irgendwo noch angestellt warst oder aus der Vergangenheit, dass ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer immer 44 € im Monat steuerfrei zukommen lassen kann. Das wird ganz häufig in Form von Gutschein oder Tankgutschein oder sowas gemacht. Diese 44 €, die galten für einige Jahre und diese Grenze wurde jetzt auch angehoben und ab jetzt gilt 50 €. Das heißt, du als Arbeitgeber kannst deinen Mitarbeitern 50 € im Monat steuerfrei zukommen lassen. Der sechste Punkt, der sich in diesem Jahr steuerlich ändert, ist nicht wirklich eine Änderung, sondern eher ein Wegfall von Sonderregelungen. In den letzten zwei Jahren gab es einige Sonderregelungen aufgrund der ganzen Corona-Pandemie, z.B. eine Homeoffice-Pauschale. Für das Jahr 2020 und 2021 konntest du 5 € pro Arbeitstag für dein Homeoffice ansetzen, wenn du kein separates Arbeitszimmer hattest. Gedeckelt war das auf 600 €. Stand jetzt gilt diese Homeoffice-Pauschale nicht mehr für das Jahr 2022. Das gleiche gilt übrigens auch für Anschaffungen und die degressive Abschreibung. Man konnte jetzt während der Corona-Pandemie degressiv abschreiben. Das bedeutet, dass man in den ersten Jahren mehr abschreiben konnte als in den Folgejahren, d.h. bis zu zweieinhalb Mal so viel wie bei der linearen Abschreibung. Auch das war eine Corona-Sonderregelung, die gilt zumindest Stand jetzt im Jahr 2022 nicht mehr. Hier muss ich aber ganz klar dazu sagen, dass wir ja noch mitten in der Corona-Pandemie sind. Und es kann durchaus sein, dass der Gesetzgeber das noch für dieses Jahr ändert und dass das in diesem Jahr auch noch gültig ist. Das haben sie in den letzten zwei Jahren auch so gemacht. Wenn das so passiert, wird es auf diesem Kanal natürlich ein Update-Video dazu geben. Deswegen lohnt es sich unbedingt, diesen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten Überblick darüber gegeben, was sich im Jahr 2022 steuerlich ändert. Wenn du persönlich eine Änderung in deinem ganzen Steuer-Setup dieses Jahr haben möchtest und gerne einen digitalen Steuerberater beauftragen möchtest, dann habe ich eine Empfehlung für dich. Wir sind digitaler, spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Ansonsten solltest du aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbeischauen, was das ist, wie du dich anmelden kannst usw. erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Videos an, z.B. dieses Jahr. Das bedeutet, wenn du 25.639 Euro, 38 oder? Nein, 39 wäre richtig. Ja. Ja.